da kommen die zwei gott machen für den letzten jetzt brauchen wir dann gold für die nächste ladung die noch ein bisschen braucht zum erwachsen werden also haben die träger genug zeit gold reinzubringen naja syren habe ich ganz vergessen 5 mal 4 irgendwie finde ich das ein bisschen interessant ne halt stimmt das sind elf ich habe ja gerade keinen mehr in der kaserne und bei der letzten fuhre nur die ersten sechs dann können wir auch noch den überschüssigen bogen schützen und da fängt schon an mit den erwachsenen und der nächste noch einer einer und noch einer haben wir noch einen haben wir noch kinder oder waren es das schon nein drei stück haben wir noch zwei na und die indianer hier oben verteilen sich langsam weil die nahung ausgeht ne das ist so sonst findet der da hier ist zivilist na sehr gut rechtlich 72 kölzen uns am hauptlager sehe die elf holz hier und die 59 holz da denke ich mal nicht dass wir holzprobleme kriegen werden na gut fangen wir schon mal mit schwertkämpfern an würde ich sagen hier ausrüsten kaserne verlassen noch ein schwertkämpfer jetzt müssen wir aufs gold warten das ist gerade eingetrudelt das ist gerade eingetrudelt ah nein kaserne noch nicht verlassen so tor ist erwachsen also der letzte holzfeld steht leer eisenmine steht leer ist beides also in ordnung unser schusterjäger kann trainiert werden ist auch okay 15 haben wir bis jetzt du solltest eigentlich auch da rein gut so bereiten wir die schon mal vor so dann machen wir noch kannst trainiert werden ist gut machen wir dich noch zum schwertkämpfer erstmal so und dann kinder noch ein letztes mal das erste das waren drei vier und sechs so 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 drei stück noch die letzten sechs kinder nachher sucht den gesprächspartner ok so 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 du kannst trainiert werden so 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 noch mal eine fuche gold und dann haben wir die auch ausgebildet nein haben wir nicht weil ich kann ich rechnen wir brauchen nämlich nur 5 gold nicht 3 so 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 und ja die brandflecken sind mittlerweile verschwunden wo ich die gebäude abgerissen habe ist das da wasser eigentlich ne ne so 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 ich würde sagen wir speichern hier mal ja 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 naja das sollten wir auch mal sie einmal ausschlafen lassen ja 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 es guckt mich an ich schlafe direkt vor der dase da ja auf ja 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 Geh, 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 geh. Hey, damit ist der Weg über den Fluss frei. So, und du bist auch erwachsen. War das alle, oder haben wir noch ein Kind? Wir haben noch ein Kind, okay. Okay, da ist unser erster Toter. Zweiter Toter. Noch ein Toter. Leute, was macht ihr? Wehrt ihr euch mal? Wehrt ihr euch mal? Ich sag mal so, so viel Verluste wollte ich jetzt nicht haben. Wie viele waren das jetzt? Ein Haufen Schwertkämpfer, weil sie sich nicht gewehrt haben. Ah, tut mir leid, da lade ich nochmal neu. Geh, geh, geh. Geh, geh. 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 Geh.